Wusstest du, dass in einigen italienischen Universitäten und Schulen Linux eingesetzt wird als ganz normales Betriebssystem für die Schüler? Nein, ein solches Betriebssystem werden wir uns hier heute mal angucken. Der Name dieses Systems ist Modiccia. Habe ich zufällig davon erfahren und werde hier heute mal eine kleine Reise durch dieses gesamte Betriebssystem nehmen mit allem, was da schon vorinstalliert ist. Und das, wie man hier sieht, ist tatsächlich eine ganze Menge. Das heißt, es wird richtig, richtig spannend, hier mal ein bisschen durchzuschauen. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir mal Modiccia OS. So, Modiccia OS ist ein Betriebssystem, das ich wirklich so aus Zufall, per Zufall gefunden habe. Und ich habe davon auch noch nie was gehört. Unter distrowatch.com ist dazu auch nichts zu finden, außer, dass das System seit 2018 hier in dieser distrowatch.com Waiting List drinsteht als anerkanntes Betriebssystem. Ja, der erste Blick hat mich so ein bisschen erinnert an, ja, Deepin Desktop oder Kailin, dann Jingos und so die ganzen chinesischen Betriebssysteme, die ganzen chinesischen GNU-Linux-Betriebssysteme. Die haben ja auch so, vom Optischen her sehen die ja so ähnlich aus. Allerdings kommt Modiccia aus Italien. Es ist ein italienisches Projekt von einer italienischen Firma sogar. Es wird zwar in einem Unternehmen erstellt. Und dieses Betriebssystem wird in Italien, zumindest nicht in allen, aber in einigen Schulen eingesetzt. Es wird tatsächlich hier zum Beispiel in Universitäten wie Donatello, ich gucke mal, ob ich hier die Grafik ein bisschen größer machen kann. Ja, hier sind einige Namen von Institutionen, die dieses Betriebssystem tatsächlich aktiv nutzen. Hier sehe ich auch Kunstschule Albrecht in der Schweiz, so wie das aussieht. Dann haben wir hier auch eine Kunstschule Caravaggio. Dann gibt es hier noch ein britisches Logo. Ich kann leider nicht erkennen, um was es sich dabei handelt. Und ja, da gibt es dann doch hier einige. Zum Beispiel Elisa Couture Milano. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass Modiccia tatsächlich den Ursprung oder der Name Modiccia kommt tatsächlich aus einem aus dem Altlateinischen und bezeichnet eine Stadt oder einen Ort in Milano. Es gibt verschiedene Versionen von Modiccia. Unter anderem gibt es die ganz normale Ultimate Version. Die werden wir uns gleich herunterladen. Dann gibt es eine Enterprise Version. Das ist dann höchstwahrscheinlich dann auch für kleinere Firmen und so weiter. Hier steht aber eher Professional Publishing, Writers und Office. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht ganz so voll mit Software wie das Ultimate. Und dann gibt es die Education Version. Das wird dann halt für die Schulen aufgesetzt. Und es gibt noch eine Version, die nennt sich Sound. Und da ist, ich nehme mal an, das wird so ähnlich sein wie Ubuntu Studio. Da werden dann sämtliche Software und Programme drauf sein, die mit Sound-Design und Musik-Making zu tun haben. Hier sieht man schon ein paar Logos. A-Dur, Traktor, Muse-Score und so weiter. Mix. Und das Ganze gibt es dann hier in verschiedenen Sprachen. Ich habe das jetzt hier mal auf Englisch gelassen. Weil, wenn ich auf Deutsch umschalte, die ganze Seite wird scheinbar durch einen Algorithmus oder durch den Google Translator einfach automatisch übersetzt. Und da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Sinnhaftigkeit von dem, was da steht. Gut, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns das Ganze mal herunterladen. Hier auf Downloads finde ich dann die verschiedenen ISOs. Ja, hier kann man dann Enterprise und Pro Assistant. Man kann sich da auch helfen lassen. Ich gehe einfach hier auf Start und werde dann hier auf diese Seite umgeleitet und klicke dann, ob ich jetzt die Enterprise haben möchte oder die Community-Version. Die Ultimate ist quasi die Community-Version. Und hier kann ich dann einfach auf Ultimate herunterladen. 22.4. Und dann öffnet sich Mediafire. Er ist jetzt auch nicht der Downloader meiner Wahl, aber das heißt, du brauchst am besten einen guten Ad-Blogger, damit du hier nicht den falschen Download-Button drückst. Und ja, dann kannst du dir die ja fast 4 GB große Datei, die habe ich hier schon heruntergeladen, kannst du dir dann herunterladen. So, jetzt aber dann einmal wird Manager geöffnet. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den ganzen Spaß hier installiert kriegen. Dazu gehe ich hier auf das Plus und dann einmal weiter. Dann wähle ich jetzt hier im Downloads-Verzeichnis die CD aus oder die ISO aus. Wo haben wir sie? Hier, Modiccia Ultimate. Choose. Hat er nicht erkannt. Ich weiß aber, dass das Ganze auf Ubuntu basiert. Das haben sie groß angekündigt. Ubuntu, ich nehme eigentlich auf Ubuntu 22.04, aber wir nehmen jetzt einfach 21.10. Das geht auch. Vergeben hier, ja, 4 GB RAM reicht. Ich vergebe gleich 6 Kerne, nur damit es ein bisschen schneller geht. 50 GB an Festplattenspeicher möchte ich zur Verfügung stellen, weil die ISO ist schon ganz schön groß. Und Modiccia Ultimate und 22.04. So, einfach, dass ihr das mal gesehen habt. So, hier einfach weiter. Hier habe ich irgendwo einen Schreibfehler drin. Ah ja, man kann hier keine Lücken reinmachen. Man muss hier ohne Leerzeichen. So, dann UEFI möchte ich haben. Dann die Boot-Reihenfolge legen wir hier auch fest. CD-Laufwerk nach oben auf jeden Fall. Und dann hier die Festplatte ist Word.io, SATA, CD-ROM. Videotreiber ist, ich nehme Word.io, auch wenn es jetzt nicht KDE sein wird. Ich weiß aber, dass bei den QXL-Treibern gerade bei den Qt 5-Anwendungen oder bei den Qt 5-Desktop-Anwendungen durchaus zu Problemen kommen kann mit der Auflösung. Gut, dann einmal installieren oder Installation beginnen und dann bin ich mal gespannt. So, hier haben wir den Grub-Bootloader. Das ist ziemlich einfach. Es gibt quasi nur eine Auswahl oder man kann eben die Disk auf Defekte überprüfen. So, die Disk hat jetzt eine Weile geladen. Gut, das sind 4 GB, die hier in den Zwischenspeicher reingeladen werden müssen. Und ich würde vorschlagen, wir werden hier erstmal die Auflösung anpassen. Hier öffnet sich gleich noch Conky zusätzlich. Das ist schon mal sehr gut. Da kann man mal gucken, wie viel RAM man gerade verbraucht. Und ich gucke mal, ob wir das Ganze hier unter Desktop-Settings... Nein, hier können wir nur die Desktop-Wallpaper ändern. So, dann machen wir mal Display. Play, da haben wir es auch schon. Und dann hier Full HD. Da haben wir es. Apply und Keep und Close. So, jetzt ist hier die Leiste hier so komisch. Soll uns aber erstmal gar nicht so sehr stören. Und ich kann mal gucken, ob ich das hier irgendwie bearbeiten kann. Gut, ich kriege das jetzt hier erstmal nicht geändert. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Das können wir dann nachher machen, wenn wir das System neu starten. Ich gehe jetzt hier auf Installation durchführen. Und dann haben wir hier Deutsch weiter. Das sieht aus wie der Standard-Ubuntu-Installer. Der Ubiquity-Installer. So wie es aussieht. So, soll Drittampeter-Software installiert werden? Jawohl, das möchte ich auch. Genau, jetzt stand hier Ubuntu-Treiber. Da weiß man auch, woher Modicia kommt. So, Festplatte löschen und Modicia installieren. Das ist die einzige Festplatte, die ich hier habe. Also sage ich einfach Ja. Und hier sehen wir auch, das Ganze wird als EXT4 nachher formatiert. Und dann machen wir weiter. So, die Zeitzone hatte bereits erkannt, dass ich hier in Berlin bin. Und dann mein Name. So, dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Und wozu brauche ich ein Passwort, wenn nicht zum Anmelden abgefragt wird? So, dann lassen wir die Installation mal durchführen und starten gleich den Rechner neu. Und die Installation ist abgeschlossen und den Rechner können wir jetzt neu starten. Und dann haben wir hier einen Login-Bildschirm mit schwarzem Hintergrund. Hier oben steht dann unser Hostname, also ModiciaVM. Und hier kann ich mich jetzt einloggen. So, hier werde ich jetzt darauf hingewiesen, dass die Standardordner in meinem Heimverzeichnis vom Englischen jetzt ins Deutsche übersetzt werden und einfach umbenannt werden. Der Inhalt wird dabei nicht verändert. Und das ist auch in Ordnung, das braucht man mir nicht nochmal sagen. Also sage ich einfach Update Names. Und dann habe ich im Prinzip, wenn ich mein Heimverzeichnis öffne, habe ich hier im Prinzip alles auf Deutsch. So, das hat schon mal sehr gut geklappt. Jetzt werde ich nochmal die Auflösung ändern. Okay, so, ich habe den Rechner jetzt einfach neu gestartet und jetzt wird mir das Dock hier unten vernünftig angezeigt. Das ist das Plunk Dock. Und hier rechts müsste jetzt gleich, ja, sowas ähnliches wie Konki kommen. Das ist aber scheinbar nicht Konki. Zumindest habe ich den Prozess Konki nicht gefunden. Und hier unter Stacer, hier gibt es so ein Systemmonitor-Tool. Hier gibt es Modicia Monitor, nehme ich mal an. Das wird das Ganze sein. Das wird sowas ähnliches wie Konki sein. Und dann gibt es hier noch GNOME Pie. Da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ist aber nicht so schlimm. Wir schauen mal, was wir jetzt hier so Schönes haben. So, das ist im Prinzip die Standard-Desktop-Oberfläche. Sieht erstmal sehr, sehr schön aus, sehr, sehr aufgeräumt und erinnert einen zu Beginn an ein Mac. Nämlich auch, dass hier oben hier die, ja, Ordnernamen stehen. Zwar immer noch auf Englisch, aber wie gesagt, hier unter der Datei, die eigentlichen Ordner sind bereits auf Deutsch übersetzt. So, und mit Rechtsklick kann ich hier schon mal diverse Sachen durchführen. Wie zum Beispiel kann ich hier in die Schreibtisch-Einstellungen gehen und dann kann ich mir das Hintergrundbild aussuchen. Und da gibt es hier allerlei sehr, sehr schöne Hintergrundbilder. Hier Linux made easy for everyone. Und hier auch mit Stifte und so weiter und mit so einem Universitätshut, so einer Studentenmütze. Und da weiß man auch ungefähr, in welche Richtung dieses Betriebssystem halt zielgruppentechnisch geht. Nämlich Studierende, Künstler und auch Musiker. Dazu haben wir dann hier Modicia OS Digital Audio Workstation. Ja, da gibt es ja dann extra dieses Sound-Package dafür. So, hier haben wir dann auch wunderschön Enterprise 22. Und da, da haben wir hier einige wirklich sehr, sehr schicke Hintergrundbilder. Zum Beispiel das hier. Ist auch sehr, sehr schön, weil es so schön dunkel ist. Haben wir auch ein schnelles Auto. Okay. Und gut, dann würde ich sagen, lassen wir einfach das. Das ist schön dunkel und das gefällt mir. So, ansonsten gibt es hier nichts weiter einzustellen. Man hat hier die Möglichkeit, dann auf dem Desktop entsprechend noch Symbole anzeigen zu lassen, wenn man das dann möchte. Ich bin da jetzt kein Fan von und ich lasse das Ganze einfach weg. Hier an der kleinen Maus sehen wir, dass diese Desktop-Oberfläche, dass es sich um XFCE handelt. Modicia ist ursprünglich ein Fork von Lubuntu gewesen. Das konnte ich schon herausfinden. Das heißt, ursprünglich war das Desktop quasi ein LX-Cute-Desktop. Deswegen hatte ich vorhin beim Erstellen der virtuellen Maschine gesagt, naja, ich schalte mal lieber auf Word.io um, weil ich nicht weiß, wie sich das mit den LX-Cute-Bibliotheken hier verhält. Aber es scheint so, als wenn das Ganze hier auf XFCE basiert mittlerweile, also auf ein ganz normales Ubuntu mit XFCE. Schauen wir uns mal hier unten das Dock an. Das Dock selber nennt sich Plank. Das habe ich schon eben schon mal kurz erwähnt. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo eine freie Stelle finde, dass ich hier das Plank irgendwie bearbeiten kann. Kann ich nicht. Dann kann ich hier einfach hier oben Plank eingeben und gehe auf Bar Settings. Und hier kann ich dann entsprechend die Sachen einstellen, die ich denn eingestellt haben möchte. Ist also ganz einfach. So, ganz links haben wir ein XF-Dashboard. Das kennt man durchaus von XFCE. Und hier habe ich dann Zugriff auf die verschiedenen Workspaces, also auf die verschiedenen Desktops im Prinzip. Und ja, dieses Dashboard schließt sich halt immer, wenn ich halt hier irgendwas durchführe. Und von hier aus habe ich dann eben auch nochmal Zugriff auf sämtliche Software, die ich haben möchte. Das heißt, ich kann hier mein Display auswählen und dann entsprechend da drin das machen. Jeweilige Programme starten. So, dieses XF-Dashboard kann ich im Prinzip auch erreichen mit einer Tastenkombination, nämlich die Super- und Leertaste. Also die Windows-Taste und die Leertaste. Einfach drücken und dann kommt man ebenfalls in dieses Dashboard rein. Beenden kann ich das auch mit Escape. So, hier unten haben wir ein Snipping-Tool im Prinzip, ein kleines Programm zum Erstellen von Screenshots. So, dann haben wir hier die Dateiverwaltung. Das sieht ganz aus wie die Standard-Dateiverwaltung Tuna. So, was haben wir? Haben wir hier irgendwas, wo wir mal drauf zugreifen können? Ah ja, hier oben. Hier oben ist dann das Menü immer ähnlich wie bei Mac ist das Menü, also nicht hier im Fenster drin, sondern ganz hier oben. Und hier steht schon Tuna-Dateiverwaltung. Ja, haben wir hier Tuna und das ist halt typisch XFCE. So, was haben wir hier noch? App Exposed. Das ist, ja, Anwendungsfinder. Ähnlich dem, den ich eben auch nutze für mich, für meine Anwendung. Nur, das hier ist eben eher gekachelt alles, was gar nicht so schlecht ist. Und hier kann ich das Ganze auch nochmal ein bisschen konfigurieren. So, und hier habe ich dann halt Zugriff auf alle Apps, die vorinstalliert sind. Da gucken wir uns aber gleich noch an, was da alles vorinstalliert ist. So, hier haben wir einen USB-Stick, Formatiere und ein Systemmonitor. Das sieht aus wie, ja, Standard, ja, Standardprozessmonitor oder Systemmonitor. Baut, ja, der heißt einfach nur Systemmonitor, auch in der Version 42. Das heißt, die Gnome 42 Bibliotheken sind hier auf jeden Fall schon implementiert. Ganz klar, denn Modigia basiert bereits auf Ubuntu 22.04 LTS. So, zusätzlich ist Stacer noch installiert. Das ist im Prinzip auch ein Monitoring-Tool, wo ich auch die Möglichkeit habe, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Hier kann ich die Autostart-Anwendungen und Cache und solche Sachen bereinigen und kann mir dann allerlei Sachen, Informationen holen, die ich dann so haben möchte, die ich brauche. Unter anderem eben auch die Performance. Gut, hier geht es dann weiter mit LAN-Share. Ja, das Betriebssystem selber ist ja hauptsächlich für Schulen auch vorgesehen, für Schulen und Universitäten. Und da macht es sich natürlich super einfach, wenn man innerhalb des eigenen LANs dann im Klassenraum, zum Beispiel im Klassenzimmer, zusammen entsprechend seine Dokumente und Dateien über LAN-Share im Prinzip verteilt. Oder auch umgekehrt. Der Lehrer kann dann im Prinzip via LAN-Share seine Dokumente ebenfalls mit der Klasse teilen. So, dann haben wir hier Schieß. Das ist eine Webcam-Anwendung. Ich habe jetzt hier keine Kamera angeschlossen. Und Internet-Navigator steht hier. Das ist ja so ein Webbrowser. Und da bin ich mal gespannt. Hier steht jetzt Unlock a Keyring. So, jetzt kann ich es aber öffnen. Ich habe es jetzt einfach abgebrochen. Und ja, ich weiß nicht, was das mit den Keyrings hier zu bedeuten hat. Ist auch egal. Der Browser Google Chrome ist hier vorinstalliert über Google Chrome. Das ist also der Original-Google Chrome und auch ein ziemlich neuer. Das ist quasi die neueste Version, könnte man sagen. Und hier haben wir jetzt Zugriff auf die Modigia OS-Suche. Gibt es also eine eigene Such-Toolbar im Prinzip. Gut, wer das nutzen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Das ist nichts weiter als eine Maske. Und nachher sucht man sowieso direkt mit Google. Gut, hier ist U-Block Origin ist quasi schon mit drin. Das finde ich sehr, sehr gut. Hier werden dann von vornherein Skripte und solche Sachen gleich blockiert von diversen Seiten. So, was haben wir denn hier als vorgefertigte Lesezeichen schon drin? Will ich mal ganz fix schauen. Das ist einmal ganz normal die Seite Modigia Cloud. ModigiaOS.cloud. Das ist, wo wir gerade schon waren. Das ist die normale Webseite. Dann gibt es wohl hier noch die Handbücher. Wir machen mal hier weg. Haben wir hier noch verschiedene Handbücher in verschiedenen Sprachen. Unter anderem hier eben auch auf Deutsch. So, dann haben wir hier eine Facebook-Gruppe. Es gibt also eine Modigia OS-Community. Und die Community trifft sich scheinbar hier komplett auf Facebook. Und da kann man dieser Gruppe entsprechend beitreten. So, dann haben wir hier noch Modigia Alta Vista. Alta Vista ist, glaube ich, so eine kostenfreie Blog-Software, wo man sich registrieren kann und sowas wie Blogs oder News-Artikel erstellen kann. Und da haben wir hier im Prinzip sowas ähnliches wie News-Blog, wo man dann hier sämtliche Neuigkeiten dann sich entsprechend durchlesen kann. Wow, just wow, most complete Linux-Distro I've ever seen. Ja, natürlich. Okay. Gucken wir mal, ob das auch so ist. Und hier gibt es dann noch einen PayPal-Link. Hier habe ich dann die Möglichkeit, für dieses Projekt auch zu spenden. Gut, machen wir mal weiter. Wir haben hier ein E-Mail-Programm. Sieht erstmal auf den ersten Blick aus wie Geary. Ist es aber nicht. Es ist Evolution. Auch nicht schlecht. Ist ein sehr gutes Mail-Programm. Open-Source-Mail-Programm. Dann Xenview. Als, ja, Medienspieler. Hier kann ich jetzt die neueste Version herunterladen. Das will ich jetzt aber erstmal nicht. Das ist so auch in Ordnung. Dann gibt es hier den VLC-Media-Player. Auch wenn das Logo eher von MPV ist. Hier steht ja VLC-Media-Player. Und auch sieht der Player nicht richtig nach VLC aus. Es ist aber VLC. Das ist nämlich ein Skin. Und hier oben sehen wir dann auch nochmal VLC-Media-Player. Gut, sei es drum. Wir schließen das Ganze wieder. Hier gibt es Audacious mit dem Logo von iTunes. So wie es aussieht. Und Audacious ist wirklich ein sehr, sehr guter, sehr, sehr langjähriger, zuverlässiger, stabiler Audio-Player. Und zum Schluss haben wir noch LibreOffice hier unten. Und ich nehme mal an, das wird ganz normal LibreOffice sein. Genau, welche Version haben wir? So, das ist 7.3. Haben wir hier die Version 7.3 ist hier installiert. Ah, ich hätte auch hier oben einfach About LibreOffice. Und dann hätte ich ja auch 7.3 gesehen. Gut. Ja, LibreOffice ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und auch sehr, sehr gut, dass das Ganze LibreOffice auf einem Schulsystem halt drauf ist. So, dann schauen wir mal hier in das Menü rein, was wir sonst noch so haben. Hier gibt es App Grid. Ja, das ist interessant. Hier sieht es aus, als wenn hier kategorisch schon mal sämtliche Programme schön in einem Grid quasi aufgelistet sind, die man denn so gebrauchen könnte. Mich würde jetzt interessieren, ob das Programme sind, die installiert sind. Aber ich glaube nicht, dass die alle hier installiert sind. Aber wahrscheinlich ist das sowas ähnliches wie ein, ja, Store. Und hier kann ich dann schon mal schauen, in welche Kategorie ich denn gehen möchte. Und ich sehe hier halt wissenschaftlich Produktivität und Kunst. Das Ganze ist hier schon ein bisschen restriktiv. Eher so auf die Universitätsschiene, auf die Kunst- und Lernszene quasi eingegrenzt worden. Wenn ich jetzt hier mal bei Produktivität gucke, dann habe ich hier dann halt genug Cash, LibreOffice habe ich hier. Homebank, Fontmanager. Klicke ich hier einfach drauf. Und dann kann ich das Ganze dann hier entsprechend einfach starten oder installieren. So wie es aussieht, habe ich das hier schon installiert. Ich muss mal gucken, ob der Firefox drauf ist. Genau, und hier oben könnte ich den Firefox jetzt installieren, indem ich hier einfach oben auf Installieren klicke. Und dann holt er sich das Ganze als Snap. Ja, das muss man hier beachten. Das heißt, er holt sich das meiste hier als Snap-Paket. Und hier kann ich auch entsprechend das Ganze bewerten. So, AppGrid.org, Discover Apps for Ubuntu. Das ist ja so eine richtige Software, die man auch so sich herunterladen kann. Interessant, kannte ich noch gar nicht. Gut, machen wir aber weiter. So, wir haben hier, das ist im Prinzip dieses Menü, was wir hier haben. Das können wir hier auch nochmal einstellen. Ach, dann sind wir hier dann in den Einstellungen sozusagen. Und das sieht aus wie Standard XFCE-Einstellung. Wir haben hier zum Beispiel auch das Erscheinungsbild. Und können hier zum Beispiel auch auf ein etwas dunkleres Theme umschwenken. Und was haben wir hier noch? Da haben wir noch diverse Symbolarten. Da ist Queen Margarita als Standard-Symbol-Thema mit drin. Hier kann man aber auch Elementary, XFCE-Dark oder das Helle installieren. Und halt sämtliche Symbole normal, die man so haben möchte. Schriftart, Einstellungen und hier nochmal Einstellungen. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier gibt es dann noch das Erscheinungsbild der Leiste hier oben. Wie man diese entsprechend verändern kann, wenn man es denn möchte. So, einmal hier unten sind die Favoriten. Hier haben wir dann alle Anwendungen aufgelistet. Dadurch, dass ich das jetzt hier... Ja, doch, ich kann es schon größer machen. Okay. So, könnte ich jetzt hier im Prinzip einfach... Wahrscheinlich sind die alphabetisch oder geordnet. Ja, sieht so aus, als wenn das alles alphabetisch hintereinander jetzt gemacht wird. Gehen wir auch mal ganz kurz die Kategorien durch. Wir haben hier die Kategorie Audio. Da gibt es schon... Audacity ist hier installiert. Ein paar Sampler. Drum Kit. Dann die erste, die Musik-Audio-Workstation LMMS. Q-Jack-Control. Sound-Juicer. Also so schon die ersten Sachen, um ein bisschen Musikproduktion betreiben zu können. So, dann haben wir hier den zweiten Punkt. Das ist Büro. So, dann haben wir hier einen Umrechner. Der ist sehr sinnvoll für Schulen natürlich. Ein Document Viewer, den ganz normalen, ja, Document Viewer. Dann die LibreOffice Bibliothek. Ein PDF-Editor. Ein Taschenrechner. Und witzigerweise eben auch Microsoft-Programme. Allerdings werden das höchstwahrscheinlich die Web-Apps sein. Jetzt wird sich wieder Chrome öffnen, der hier wegen seinen Keys rummeckert. Sehr schön. Chrome hat jetzt auch den Dark Mode übernommen. So, und hier funktioniert das jetzt gerade nicht. Ich nehme mal an, weil U-Block Origin hier irgendwie aktiv ist. Hat er das hier alles blockiert. Ich werde das Ganze mal ausschalten und hier nochmal neu starten. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie nicht. Ich kriege das Word jetzt hier nicht gestartet. Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich nicht zu nutzen. Ich kann es jetzt nochmal mit Microsoft Excel probieren. So richtig funktionieren tut auch das nicht. Doch, jetzt fragt er mich nach dem Einloggen. Ja, man muss natürlich bei Microsoft registriert sein und sich dann mit seinem Microsoft-Live-Account entsprechend anmelden. Gut, dann gibt es noch Voice Notepad und ein Übersetzungstool. So, was haben wir hier unter Grafik, nehme ich mal an. Genau, Grafik. Man kann hier animierte GIFs erstellen und animierte PNGs. Hier haben wir auch nochmal den Document Viewer. Inkscape ist auf jeden Fall drin. Gimp. Gimp ist ziemlich witzig. Eigentlich, weil die hier dieses Splash-Screen so ein bisschen getunt haben. Und so sieht das Ganze ein bisschen aus wie, ich sag mal, so ein Adobe-Symbol. Und ja, auch so sieht die Oberfläche ist ein bisschen angepasst. Ich mache das hier mal ein bisschen weiter auseinander. Da hat man hier dann Zugriff auf seine Tools und kann dann im Prinzip ganz normal loslegen mit seinem Projekt. Finde ich, ist sehr, sehr niedlich gemacht. Gerade das Symbol hier, das Logo, halt, wo haben wir es hier? Mit GI, was einen so ein bisschen an, ja, an Photoshop erinnert. PH ist, glaube ich, für Photoshop. Ich weiß es gar nicht. Und ja, interessant. So, Image Mosaik Wall, Fotokalage, MyPaint. Scheint so ein einfaches Paint-Programm zu sein. Scanlight und dann XenViewer haben wir eben schon gesehen. So, dann machen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier im Bereich Internet. So, AirMore. Weiß ich nicht, was das ist. Öffnet sich auf jeden Fall wieder Chrome. Okay, also AirMore ist sowas wie ein, ja, ein File-Sharing-Tool, wo man eben mit seinem Smartphone, wenn man die App, die AirMore-App auf seinem Smartphone hat, kann man das Ganze drahtlos quasi mit seinem Rechner synchronisieren. Okay, kannte ich noch nicht und wüsste ich auch nicht, ob ich das je selber verwenden würde. So, KDE Connect ist mit drin. Das ist sehr, sehr gut. Ein Web- und EPUB-Editor haben wir hier. AnyDesk ist im Prinzip, ja, so eine Fernwartungssoftware, ähnlich wie TeamViewer. Wenn ich mich nicht irre, ist AnyDesk quasi die Alternative. Ich glaube, auf Schulrechnern ist das schon ganz gut, wenn das mit drauf ist, sodass der Lehrer auch vom Lehrerechner auch mal ein bisschen Hilfestellung geben kann. FileZilla ist drauf, FileMail, dann noch Worldometers, habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Auch hier öffnet sich wieder Google Chrome. Und Worldometer Coronavirus Updates, okay. Warum auch immer man das jetzt als eigene Anwendung mit im Betriebssystem hat, ist aber interessante Statistik. Hier kann man sich tatsächlich so einige Zahlen tatsächlich so rauslesen, was ist die aktuelle Weltpopulation, die Weltbevölkerung. Wie viele Geburten hat es dieses Jahr schon gegeben? Wie viele E-Mails sind heute schon versandt worden? Wie viel Wasser wurde dieses Jahr schon genutzt? Okay, ist vielleicht interessant so für ein paar Zahlennerds oder die, die einfach mal so ganz grob aus schulischer Sicht grob mal wissen wollen, wie der aktuelle Bevölkerungsanteil ist. Ja, und dann gibt es hier noch so diverse Sachen wie Maps und auch WhatsApp, weil viele Klassen ja auch in WhatsApp-Gruppen sich organisiert haben. Unter Multimedia haben wir ja hier unten schon gehabt, da haben wir den Audacious Player und auch den VLC Media Player, ebenfalls mit einem eigenen Design. So, dann noch Media-Info, ein Brennprogramm, ein DVD-Styler, wenn man das braucht. Ja, und dann schon kommen wir hier zu den Systemeinstellungen. Und hier gibt es Resilio Sync Start und Stop. Ich weiß nicht, was Resilio Sync ist. Und hier gibt es eine Konfiguration, dann will ich die mal schnell öffnen, dann kommen wir natürlich wieder in den Chrome. Und hier steht, ist nicht erreichbar, weil Resilio sich hier irgendwie auf meinem System hätte starten müssen. Okay, dann starten wir das mal. Einmal, zack. Dann das Passwort für den Benutzertyp. Und dann können wir mal gucken, ob ich das jetzt konfigurieren kann. Ja, sieht gut aus. Localhost ist unsicher. So, create a username and password to secure this Sync Web User Interface. Okay, Passworts. Machen wir mal. So, choose a name to show when you send and receive folders. Please choose carefully, this cannot be changed later. Okay. You agree to. Und check this box. This may not be used for business without separate purchase. Okay. Ja, ich nenne diesen Ordner jetzt einfach Typ 5. So, get started. Jetzt brauche ich doch nochmal mein Passwort. Okay, und dann bin ich mal gespannt. Ah ja, okay. Und schon bin ich hier in so einer Art Cloud drin, so wie es aussieht. Das ist ziemlich interessant. Denn gerade in Schulen, wenn man zum Beispiel mit einem Notebook in der Universität, im Universitätsnetzwerk sich befindet und dort vielleicht dann entsprechend in diesem Netzwerk auch verbunden ist, dann hat man über das Netzwerk durchaus seine eigene Cloud und kann dann, egal wo man innerhalb dieses Netzwerks ist, entsprechend auf die Cloud-Ordner drauf zugreifen. Das muss nicht unbedingt der eigene Cloud-Ordner sein. Das kann zum Beispiel auch ein spezieller Cloud-Ordner für eine spezielle Klasse oder für eine spezielle Vorlesung sein, auf die man aber eben nur Zugriff hat, wenn man sich im Universitäts- oder im Schulnetzwerk befindet. Und hier kann ich noch die Sprache einstellen und dann ist das Ganze, glaube ich, auf Deutsch, wenn ich es neu lade. Ja, jetzt ist es auf Deutsch. Ist ziemlich cool eigentlich und habe ich mich leider noch viel zu wenig mit befasst, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig weiß, was die Usability jetzt ist aus dem privaten Spektrum. Spektrum, also wie man das privat zu Hause, man könnte im Prinzip sowas ähnliches wie eine Heim-Cloud machen, aber ich glaube, da ist es dann viel sinnvoller, sowas wie sich wie Nextcloud oder sowas aufzusetzen für zu Hause oder mit einem eigenen kleinen Cloud-Server. Cool aber, dass es sowas gibt und ich glaube schon, dass es für Schulen, für Universitäten durchaus wichtig ist. So, Tuna, Dateienverwaltung, Timeshift haben wir. Und dann kann ich jetzt hier einen Snapshot erstellen. Das werde ich jetzt aber nicht tun, weil das dauert leider über R-Sync ein bisschen länger. So, was haben wir sonst noch? Sensorbetrachter. Hier kann man, wenn man Sensoren angeschlossen hat, entsprechend Sensoren über spezielle Schnittstellen betrachten und dann die Werte ausgeben lassen. Und diese Werte über die API der jeweiligen Messsoftware entsprechend wieder reinfüttern. Und das bietet sich ja bei Linux hier wunderbar an, weil das geht dann wunderbar, die Kommunikation zwischen den einzelnen Schnittstellen und den Hardware-Schnittstellen. Wunderschön. So, was haben wir hier? Gigolo. Sieht auch wieder aus. Eine schlichte Oberfläche zur vereinfachten Verbindung mit entfernten Dateisystemen. So, H-Top haben wir hier. Da haben wir nochmal einen Ressourcenmonitor. Da können wir nochmal schauen. Wir haben jetzt schon eine Weile rumgeklickt und sind jetzt hier bei knapp über einen Gigabyte. Ich nehme mal aber an, frisch geladen ist das System doch recht schnuckig schnell, will ich mal behaupten. Wie gesagt, weil XFCE ja überhaupt nicht so ressourcenhungrig ist. Bleachbit ist auch ähnlich wie Stacer. Da hat man dann die Möglichkeit, entsprechend hier so ein bisschen das System aufzuräumen und zu bereinigen. So, und was mir jetzt hier aber so ein bisschen gefehlt hat jetzt in der ganzen Zeit, ist halt ein Terminal, ne? Ein Terminal Emulator. Das ist hier wahrscheinlich nicht so. So, was haben wir hier noch? Jetzt sind wir bei Video. Da haben wir Anima Shooter. Ich nehme mal, das wird eine Art, ah, das ist eine Stop Motion Software. Eine Avidemuxer haben wir. Blender ist mit drauf. Dann hier haben wir Curlyu, ein Converter. Gnome Split. Handbrake ist auch ein Transcodon Converter. Caden Live ist mit drauf. So, Open Effects. Natron. Und Open Effects könnte sowas ähnliches sein wie After Effects, was man so kennt von Adobe After Effects, nur eben die Open Source oder die freie Alternative. Ja, ist Open Source. Compositing Software ist tatsächlich sowas wie After Effects. Hier gibt es noch einen Subtitel, also einen Untertitel, Editor. So, hier haben wir noch einen separaten Ordner für DCP. Das ist ein Container Format für Kinofilme, wenn ich mich nicht irre. Wir können ja mal ganz fix danach googeln. So, da haben wir hier DCP. Suchen wir mal. So, ich habe hier alles wunderschön auf Italienisch. Ist auch überhaupt nicht so schlimm. So, DCP steht für, okay, das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint. Ach ja, hier, Digital Cinema Package. Das wird das nämlich sein. So, ist ein Container Format für Bild, Ton und Daten. Es wird im Kino eingesetzt, um Filme vorzuführen. Hintergrund für DCP ist natürlich, dass Filme in Kinos heutzutage ja nicht mehr in Filmrollen geliefert wird, so wie es früher der Fall war. Bei Filmrollen ist ganz einfach. Du legst die Filmrolle ein und in den Projektor und dann kann eben nur dieser eine Projektor gerade diesen einen Film abspielen. Und das heißt, du kannst jetzt nicht diesen gleichen Film parallel in verschiedenen Kinos oder verschiedenen Projektoren abspielen. Und das Digital Cinema Package löst das Problem so ähnlich. Das heißt, er verschlüsselt im Prinzip dieses Paket, dieses Cinema Paket und richtet einen Schlüssel für den Zielprojektor ein, so, dass nur dieser eine Projektor dieses DCP abspielen kann. Ja, und das soll natürlich auch verhindern, dass hier irgendwie Raub kopiert wird, auch von Seiten der Kinobetreiber, oder dass hier heimlich einfach nicht lizenzierte Vorführungen durchgeführt werden. Und diese DCPs werden dann entsprechend in solchen Festplatten dann versandt. Das kriegt dann der Kino, das Kino, dein Kino auch in deiner Umgebung, das Cinemax oder UCI, kriegen dann im Prinzip so eine Box, wenn ein neuer Film rauskommt, da ist dann diese Festplatte drin. Diese Festplatte wird dann in das System quasi reingepackt und dann wird das Ganze enkodiert für einen speziellen Projektor. Und dieser Projektor darf das Ganze als einziger dann abspielen. Einfach nur mal, um zu wissen, was das ist. Und ja, in der Universität, in der Kunsthochschule und so weiter, macht das auf jeden Fall Sinn, das zu lernen. Und das kann man hier lernen, zusammenzustellen, abzuspielen und so weiter und zu enkodieren. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die üblichen Verdächtigen, ganz normal die Einstellungen, die man dann so hat. Ein Hash-Wertermittler und ein Taschenrechner ist mit dabei, ein Mauspad als Texteditor, als Notepad-Editor. Ja, irgendwie habe ich aber irgendwie immer noch kein Terminal hier gefunden. Ich glaube, das ist auf diesem System auch gar nicht so gewollt, dass die Schüler gleich ein Terminal hier finden. Im Prinzip kann man das aber recht einfach so machen. Man macht Rechtsklick und dann Open Terminal hier und schon hat man das Terminal. Übrigens, es reicht nicht aus, wenn ich Terminal hier suche. Da wird hier nichts gefunden. Alles in allem, muss ich sagen, ist Modigia OS ein grundsolides System, das hält, was es verspricht. Es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen für Anfänger und Einsteiger, denn dieses Betriebssystem ist sofort betriebsbereit, sobald man es installiert hat. Man braucht auch erstmal grundsätzlich nichts Neues installieren, weil es ist im Prinzip alles drauf, was man so für den Alltag benötigt. Ich finde es schön, dass sich Organisationen auch darum kümmern, dass Linux auch in den Schulen und Universitäten eingesetzt und genutzt werden und bin auch überrascht, dass das Ganze so solide läuft. Was System Updates betrifft, hier geht man dann einfach in die Einstellungen und dort gibt es dann richtig den Software Updater. Da kann man dann ganz einfach die Updates und Aktualisierungen durchführen. Das heißt, niemand muss hier mit einem Terminal oder so ähnlich belästigt werden. Ja, man kann das Ganze hier über die Benutzeroberfläche ganz normal durchführen. Und ansonsten, wenn das Ganze in einer Schule, in einem Computerraum eingesetzt wird, dann lassen sich die Updates sicherlich auch remote ansteuern, direkt über den Lehrerrechner oder über ein Serverskript, der dann die Updates automatisch immer wieder aufspielt. Ich finde, ein grundsolides System, das hält, was es verspricht. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.